Oh shit, hä? Och man ey, manchmal bin ich aber auch selten dämlich Aber jetzt passt's, ist das ein schöner Winkel da? Ja, gut Und jetzt das verbinden Patsch Das hat natürlich nicht geklappt Woran liegt das noch gleich? Ja richtig Das ist ein Ausgang Und kein Eingang Das heißt Ich baue noch einmal ein und hin Aber ich drehe ihn um Ich drehe ihn um So Klappt das da noch? Ist das da noch? Ist das noch gerade? Ja Und es tut was es soll Okay, geil So, also jetzt kommen hier an 240 Weil ich ja die 480 da unten geteilt habe Diese 240 werden Hallo Werden hier aufgeteilt In 120 Und da hinten Dann haben wir hier 60 60 Ach genau Die brauchen nur 15 Also Das hier sind demnach 30 Und da wo das zusammenläuft haben wir 60 60 Und 60 sind 120 Die hängen hier dran Und das da hinten ist nochmal 120 Und dann geben wir hier 400 Warte mal Also die 480 habe ich unten schon mal aufgeteilt Das heißt Das hier sind 120 So 60 Diese 60 30 30 Dahin wird es auch nochmal zweimal aufgeteilt Also In das Und in den dahinter 15 Okay Also 15 und 15 sind 30 Die laufen da auseinander 30 Hier geht die andere Seite mit 30 hin Dann ist aber Okay Das ist nicht verbunden Das soll auch so sein Dann geht es da zu den nächsten 30 Und zu diesen 2 Die sich dann So Also 30 60 90 120 Und dann passt das Okay Was ich jetzt noch nicht gemacht habe Ist den Ausgang hier geregelt Also klar gemacht wo das hingehen soll Das erspare ich uns allen jetzt mal Denn ich weiß Die Verbindungen sind jetzt Erstmal gemacht Die Ausgänge fehlen Habe ich hier unten schon die Ausgänge Ne Hier unten habe ich es auch noch nicht gemacht Das heißt Den Kram Den hebe ich mir dann tatsächlich noch auf Weil ich will jetzt hier nicht 100 Millionen Jahre Irgendwas bauen Und dann Am Ende Völlig Unbefriedigt Aufhören zu müssen Schauen wir doch mal Ob wir vielleicht noch ein paar Stabile Modulare Rahmen Fertig haben Sollten Das wäre schon ganz schön Ja Das wäre wirklich ganz schön Schauen wir doch mal Oh 6 Oh Gott Ja gut Ja gut Das dauert auch noch eine Weile Au Du Sau Ach genau Ich könnte doch mal gucken Ob der Weihnachtsbaum fertig gebaut ist Also die Teile Dafür Also der Fix Missbaum Hör auf Böse Genau Ich hatte in meinem Lager Habe ich das gemacht Da war so eine Produktionsstrecke Die habe ich Zwecks Entfremdet Die Frage ist Wo war das Das war es Nicht Sag mal Wo habe ich denn das Gemacht Ist das der Scheiß Hier Ja klar Der Dankeschön So um den jetzt zu bauen Fehlt mir natürlich wieder die Hälfte Oder Fix Gut den Beton habe ich schnell Und dann brauche ich noch Elf stabile Platten Verstärkte Eisenplatte So dafür fehlen mir wieder Schrauben Ja gut Ich glaube Das kriege ich nicht fertig Ja gut Pass auf Wir machen das mal so Wir lassen das jetzt an der Stelle mal enden Weil ich Ich weiß gar nicht Ob ich jetzt zur Weihnachtszeit Nochmal zum Aufnehmen komme Und ob der Baum Sinn macht Wenn ihr also wissen wollt Die Kamera ist aus Wenn ihr wissen wollt Ob das Ach komm dafür mache ich die nochmal eben an Wenn ihr also wissen wollt Ob in der nächsten Folge noch Weihnachten ist Und ob ich weiterspiele oder nicht Dann schaltet ihr in der nächsten Folge Folge wieder ein Und die kommt morgen Tschüss Und dann geht's Und dann geht's Und dann geht's Und dann geht's